Gibt es denn jetzt noch was, was ich nicht gefragt habe und du aber gern noch sagen wolltest? Also ich kann einfach nur jedem empfehlen, Auslandszermesse zu machen. Also was, was, ich glaube so pauschal jetzt nicht, aber ich würde einfach jedem mitgeben, diese Chance zu nutzen, dass man, man bekommt ein Stipendium, muss fast nichts dafür tun, sieht gut aus im Lebenslauf, man kommt immer wieder in irgendwelche Gespräche rein, man nimmt da internationale Bekanntschaften mit, man kann immer mal wieder irgendwo übernachten, ganz spontan und vielleicht auch mal irgendwo, keine Ahnung, man kann ans Meer gehen und da wohnen, dann kann man mal Ski fahren, gehen hier und Freunde besuchen, also man kann einfach international sehr viel Erfahrung mitnehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.